Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rogue Soul 2 Mein Name ist Michi, ihr schaut Michis Let's Plays Und letztes Mal haben wir einen Boss besiegt Und heute spielen wir weiter Ja, ich hab das ein bisschen verbessert Und ich habe hier einen Regenschirm Einen Ritterrüstung und einen Apfel zum Werfen gekauft Und halt, ich glaube, das vierte nochmal auf perfekt geschafft Was müssen wir eigentlich machen? Ich hab's nicht geguckt, verdammt Oh, und wir schaffen es jetzt auch nicht, den zu kriegen Wir hätten uns beeilen sollen Oh, die Dame, die Dame, okay Ne, das Lachen ist anders auf jeden Fall als im ersten Teil Hab so gerade überlegt, so Also damals Ob es ein anderes Lachen ist, aber ja, es ist ein anderes Lachen Du, du Ach ja, hier, der Regenschirm Du willst mich doch verarschen So, ihr habt gesehen, ich hab gerade einen Apfel geworfen Ein lustiger Funfact, ich hab eine Apfelallergie Deswegen hab ich mich für den Apfel entschieden Wenn nie ich leiden muss, müssen auch die anderen damit leiden So, das war's doch schon Einen haben wir übersehen Don't hurt anyone Okay, das werde ich dann machen, nicht hier Ich will euch die Level zeigen und dann selber Weiterspielen Das war mein Plan New Skill, okay Wall Run Wow, interessant Oh, eine Challenge Okay Ich muss es drücken, ne Ähm, Akrobat Akrobat war ich am besten im letzten Teil Okay Okay Versuch Nummer 2 So, es klappt bis jetzt Ich seh nichts Man War ich zu schnell, muss ich langsamer agieren Darf ich den Boden überhaupt berühren? Bestimmt, oder? Ja, ich darf den Boden berühren Im letzten Teil durfte man den Boden nämlich nicht berühren Oh, das war jetzt mies Was bringen mir die Federn? Oh Gott Das Ende Okay Okay So, jetzt haben wir auch die letzte Feder, die wir brauchen Ich will jetzt da nicht sagen, dass es zu einfach war, aber Das war zu einfach Oh Es gibt noch mehr Level Okay, dann machen wir weiter Wir müssen Federn finden Wie kommt man da hoch? Hier oben wahrscheinlich muss man Okay, so, wir sind jetzt oben So Die erste Feder Ist in unserem Besitz und wir Nein Das ist ja voll gemein Ist das eine Bärenfalle? Interessant Ah, wir müssen hoch Haha Geil Feder Nummer 1 Wir müssen runter Oh, das ist schon Mieser 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 Als in dem Ersten In der ersten Challenge Oh Gott So Okay, wir haben die vierte Feder und Das Ende Haben wir jetzt auch erreicht Vielen Dank Danke, danke, danke Sehr Gehen wir weiter Akrobat Nummer 3 Rindt er schneller? Boah Wir Nein, 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 nein Nein Jetzt schaffen wir das nicht Töte mich So Mit dem Ventilator fliegen wir hoch und holen die erste Feder So, jetzt sind wir auch hier oben Und nun die zweite Feder So, perfekt Wir haben jetzt alle Federn bis jetzt Oh Mist Oh Mist Zweimal erwischt, aber wir leben immer noch So So, die vierte Feder haben wir Bekommen wir jetzt alle Sterne, weil wir zweimal getroffen wurden oder nicht Nein, es geht wirklich nur rein um die Feder Okay Und wir haben hier Endlos Okay Mal gucken, wie weit wir es schaffen Wir dürfen nur drei Federn Verpassen Okay, sind das jetzt Das erinnere ich aber jetzt ganz schön stark an ein anderes Level Das ist ja einfach recycelt Auf den Pilz Hier drauf Oh Gott Das kommt überraschend Das Ding kam überraschend Das habe ich nicht erwartet Mist Nein Wiederholt es sich jetzt richtig Oder ist es immer noch zuverbasiert Okay, das ist zuverbasiert Oh Verdammte Kacke So, es läuft bis jetzt Eigentlich Gut Würde ich sagen Oder? So, wir haben das jetzt auch richtig gut Gemeistert Huch Das war echt knapp So, und jetzt dürfen wir nicht springen Also, nicht zu früh springen, meine ich Nein, nein, nein Mist, ich hatte es doch schon Oh, das war jetzt dumm Das war jetzt wirklich einfach nur Äh, ich habe gedrückt Du willst mich verarschen Nein, du willst mich verarschen Das schaffe ich jetzt auch nicht Scheiße Ja, komm Reib es mir unter die Nase So, jetzt haben wir aber die Feder eingesammelt Die wir das letzte Mal verpasst haben So richtig dumm So, und die schaffen wir jetzt auch So Wir haben jetzt fast die Hälfte erreicht Denn wir müssen 10.000 glaube ich einsammeln So, wir haben jetzt schon über die Hälfte Gut, wir kommen langsam dem Ende immer näher So, wir haben schon 7.200 So, ja So, noch wie viel Eins, zwei, drei Glaube ich, drei Stück glaube ich noch So, noch zwei Stück Und wir haben es geschafft Das gibt es nicht Wie konnte das passieren? Freu dich nicht zu früh Das Muss ich mir zu Herzen nehmen Oder kennt ihr den Film The Walk Mit, äh, wie heißt denn der? Arthur Gordon Leavitt, glaube ich Heißt der, der Schauspieler Den ich übrigens sehr mag Aber der Name ist halt irgendwie Echt lange zu merken Also, ich bin nicht so gut den Namen merken Joseph Joseph Gordon Leavitt Joseph Gordon Leavitt So heißt der Arthur ist es die Rolle, die er gespielt hat In Inception Und genau Und da hat er diesen Franzosen da gespielt Der Ein Seil gespannt hat Zwischen Den World Trade Center Tower Diesen Towers da Und er wollte die halt Überlaufende Und da hat er auch immermals gesagt So, ja Verlier dein Ziel nicht vor die Augen Entspann erst Wenn du das erreicht hast Weil sonst wirst du fallen Und genau das sich passiert Ich bin Gefallen Wir müssen lernen Aber wir sind jetzt auch wieder näher an dem Ziel ran Bald haben wir es Bald haben wir es Oh Gott Das war knapp Musst er gerade eben meine Wange kratzen Scheiße, wir haben es überpasst Oh Gott Okay, wir haben jetzt unsere Rüstung verloren Scheiße Konzentration ist angesagt Würde ich sagen Noch dreimal Komm So Noch zweimal Komm schon Ein Stück Ein Stück Nicht eine Bärenfalle tappen Nicht eine Bärenfalle tappen Skins Lass mal ein paar freischalten Oh, mit denen habe ich immer gespielt Oh Zylinder Magierhut Oh, für wen entscheide ich mich Natürlich für den Zylinder Der Zylinder Okay Weiter geht's Kaufen wir uns mal ein paar Moves Die sind doch nicht teuer Kaufen wir die einfach alle frei Und den Paraschut verbessern wir uns Auch nochmal Und jetzt From very far Okay Ich versuche es So Das haben wir schon gelernt Bei der Challenge Wow Eine Krone So Wir haben ihnen geholfen Aber haben leider Oh, was bist du Das war jetzt eigentlich nicht geplant Aber wir haben trotzdem noch die Truhe bekommen Mist Wir sind jetzt Nein, nein, nein Komm schon, komm schon, komm schon So hoch Wir werfen mal So Und haben das Erste erreicht Okay, okay Die Enemies haben wir jetzt auch besiegt Was war jetzt noch Was wollte er dann noch haben Ach ja Nicht den Boden berühren Stimmt Mist, wir dürfen das jetzt nicht abgeben Weil wir den Boden nicht berühren dürfen Wir haben es geschafft Okay, wir haben es Wir haben es nicht perfekt geschafft Wir haben es nicht perfekt geschafft, weil Wir werden einmal getroffen Wir werden einmal getroffen wurden Genau Okay Wir werden es nochmal wiederholen Also ich werde es nochmal wiederholen Okay, können wir hier nochmal schnell was kaufen Ja, das Glück kaufen wir uns mal Wir kaufen uns das Glück Und nochmal unseren Gold Aber ich will mich mit einem Zylinder haben Mir gefällt das Ach komm, wir nehmen die Angel Wir nehmen die Angel Und kämpfen weiter Okay Okay Probieren wir es mal Mist Das war daneben Obwohl ich habe ihn Was Das war leicht Okay Okay Wir warten kurz Verdammt Okay Wir haben die Kombo geschafft Wow Das war knapp Aber wir haben es geschafft Wir müssen noch mehr Saphire finden Okay Okay Und wir haben das auch noch geschafft Und Saphire Kommt schon Shit So Saphire Aber das ist auch schon das Ende Na Wir haben leider das nicht geschafft Mit den Saphiren Oh Boss 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 What the hell Okay Der Ingenieur Wir erinnern uns Oh Gott Das kann man erwartet Kriege ich ihn Kriege ich ihn Okay 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 der ist schon Anspruchsvoller als der Schwarze Ritter So Aber Na ich dachte wir können ihn kriegen Aber okay Konzentration Ich will nicht sterben So Wir haben ihn noch einmal Und noch einmal brauchen wir ihn Einmal müssen wir ihn noch kriegen Komm schon Das war knapp So und wir haben ihn Mit unserer Angel erwischt Gewonnen Perfekt Doesn't make any sense You know what Get lost Ein schön Mächt Ja wir haben den Selbst den Saphir bekommen Wir haben doch alles geschafft Aber nicht perfekt Weil wir hier nochmal Zweimal getroffen wurden Das werde ich auch noch mal Offscreen machen Danke fürs Zuschauen Es hat mir Spaß gemacht Ich hoffe euch hat es auch Spaß gemacht Und wir haben viel erreicht 45% haben wir schon Erreicht Und hier nochmal das Buch Interessant Und Loot haben wir auch schon fast alles Okay Shop Kaufen wir uns noch mal Das hier frei Und Skins will ich mal Hier was freikaufen Und wir nehmen einfach die Axt Weil mit der ich auch damals Mal gespielt habe Danke fürs Zuschauen Huch Und bis zum nächsten Mal Bis dann und ciao Ciao